Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Montag, dem letzten Tag im Oktober, dem 31.10.2022. Du hörst Geek Talk Daily 1265. Und ich würde sagen, heute starten wir mit Twitter, mit Smartphone-Absout, mit OxygenOS 13, mit Duolingo Math, mit iPhone Webcam, mit Google Nest WiFi Pro. Das wären die Themen, die ich heute mitgebracht habe. Und noch das eine oder andere kleine. Aber zuallererst, Ende der letzten Woche ging es jetzt also für irgendwas um die 54 US-Dollar ging Twitter, also pro Aktie, ging Twitter an Elon Musk über. Er hat sich das Ganze jetzt gekauft, die Firma wird von der Börse genommen, die Aktionäre werden ausbezahlt. Ich kriege irgendwas um die 30 Währungseinheiten, weil ich 0,7 Twitter-Aktien habe. Ich bin reich. Yippie. Genau. Und ja, die Menschen sind verstört, verfrustriert. Und was sind sie noch alles? Genau, sie gehen weg von Twitter. Alles geht nach Mastodon. Also zumindest hat Mastodon in den letzten Tagen im Schnitt so 50.000 Neuzugänge am Tag erhalten. Na dann, ich bin mal gespannt, wie lange das hält. Das ist ja wie, wenn WhatsApp wieder irgendeinen Murks baut. Gut, das tun sie täglich. Und dann alle Leute zu Signal wechseln. Und willst du die Leute dann mal bei Signal anschreiben? Dann, ja, ich bin nicht mehr da, weil wieder zurück. Ich bin gespannt, wie lange das anhält. Und vor allem bin ich gespannt, ob es Elon schafft, Twitter wieder auf Kurs zu bringen. Twitter wieder besser zu machen. Twitter war und ist immer noch mein Lieblingsnetzwerk. Ich bin gespannt, was Elon damit macht. Was wir jetzt auf jeden Fall hören werden. Und das mindestens dreimal am Tag ist, dass irgendein kleiner Furz oder irgendetwas, was da draussen passiert, Elon schuld ist. Das haben wir ja jetzt schon, weil irgendwas passiert ist oder irgendein Wort gerade trendet, ist es Elon schuld. Ja, wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt. Elon Musk hat selber in seiner Bio hinzugefügt, dass er jetzt eben bei Twitter wohnt. Er hat einiges an Leuten rausmanövriert. Die ganzen höheren Tiere, die da gehen durften, die haben schöne Abfindungssummen erhalten. Also auch die werden wahrscheinlich nicht traurig sein. Ja, wir werden es sehen, was aus Twitter wird und was sonst noch so kommt. Wer mir auf Mastodon folgen wird oder möchte, ich pause da nicht allzu viel. Irgendwann, so alle paar Tage, fällt mir mal wieder ein, dass ich da ja noch was habe. Und dann pause ich was rein und sehe die ganzen Mentions und Antworten. Nach wie vor bin ich bei Twitter unterwegs. Aber das kann sich alles ändern, deshalb schaut euch mal den Link dazu an und solltet ihr da Tipps zu Mastodon und Apps in dem Bereich haben, lasst es mich wissen. Ich bin mit dem, ach komm, wie heisst das Teil, mit dem Mastodon App auf iOS zumindest unterwegs. Auf Android muss ich nochmal schauen, was ich da installiert habe. Da bin ich gespannt. Aber gehen wir weiter zu Smartphones und dem generellen Absatz von diesen. Zum einen haben Canales und IDC Marktberichte rausgehauen zum dritten Quartal und zum kommenden vierten Quartal. Im dritten Quartal hat anscheinend, laut eben den beiden, die Auslieferung von neuen Smartphones um fast 10% zurückgegangen. 9% soll das Ganze geschrumpft sein, also der Absatzmarkt. Das war aber, finde ich, auch klar, denn es ist wie immer das Quartal vor Weihnachten. Da stellt Apple seine neue Geräte vor, das ist immer schwächer. Da stellen andere Hersteller ihre neue Geräte vor. Auch da gibt es einen gewissen Einbruch, was das anbelangt. Dazu kommt aber auch die aktuelle Situation, die Lieferknappheit, die Chipmangelkrise und so weiter und so fort. Das führt teilweise dazu, dass Smartphonehersteller ihre Smartphones mit Chips vom letzten Jahr ausstatten, was nicht unbedingt schlecht sein muss. Aber wer natürlich jedes Jahr ein neues Telefon mit neuen Chips erwartet und was anderes geliefert bekommt, der ist eh verloren. Oder, ja, lassen wir das Thema. Wer hat verloren? Eigentlich alle. Besonders heftig ist Vivo und Oppo. Das sind die beiden zum chinesischen BBK-Elektronikkonzern gehörenden, deren ihre Einsätze oder Umsätze sind stark zurückgegangen. Abverkaufte Geräte, so muss ich sagen. Wer gewonnen hat, ja, da gibt es nur einen. Und das ist schon seit Jahren so. Apple. Apple konnte zulegen. Mittlerweile ist man auf 17,8%. Marktanteil ist immer noch Samsung weiter vorne. Mit 22, also knapp, gerundet 22%. Ein bisschen abgeschlagen, kommt dann mit 14% Xiaomi und dann eben Oppo, die gerade noch knapp 10% für sich vereinnahmen können. Also da hat sich nichts geändert in den letzten Jahren. Ging es ja immer ein bisschen in die Richtung. Wir dürfen gespannt bleiben, wie das weitergeht. Denn der Trend geht, und das finde ich auch gut, nicht mehr alle zwei Jahre ein Smartphone neu zu kaufen, sondern alle drei Jahre vielleicht oder vier Jahre. Das macht definitiv Sinn. Zumindest, wenn die Geräte auch Updates bekommen. Das ist immer die grosse Geschichte. Und wenn es dann weitergeht, so vier, fünf Jahre, da bin ich dann auch wieder dabei und sage, ja, lieber mal wieder investieren. Denn nicht nur bei der Software gibt es Möglichkeiten, um geschädigt zu werden da draussen, sondern natürlich auch bei der Hardware. Auch da tut sich Neues. Auch da gibt es neue Möglichkeiten. Und auch deshalb sollte man von Zeit zu Zeit mal ein neues Gerät sich einzulegen. Neuigkeiten gibt es auch, ich hatte es vor, schon zu den BBK-Unternehmen, BBK Electronics. Unter anderem gehört da, wie vorher schon erwähnt, Oppo und Vivo dazu. Und noch ein paar weitere. Wer auch dazu gehört, ist OnePlus, die mittlerweile direkt unter Oppo gelistet sind. Und die haben jetzt auch Updates von ihrem Betriebssystem gebracht, also sprich Android 13 und mit ihrem Aufsatz, dem Oxygen OS, welches immer mehr an das von Color Oil ist, also an das von Oppo angeglichen wird, um das Ganze zu vereinheitlichen. Die sind ein bisschen weiter hinten nach, als dass es Oppo ist. Welche Geräte da, welche Updates bekommen und vor allem, ganz wichtig, das sind die Beta-Timelines. Also müsst ihr immer noch ein, zwei Monate hinzurechnen und dann vielleicht nochmals einen Monat für die ganzen Provider, die das auch noch testen möchten und oder müssen. Bei Ende letzter Woche ist auch eine extrem coole App rausgefallen. Es gibt es selten, dass ich wirklich auf eine App warte und auf die hoffe. Jetzt ist es endlich passiert. Duolingo hat seine Mathematik-App rausgeschmissen. Duolingo Math. Und da könnt ihr einfach und aktuell nur in englischer Sprache, dafür aber kostenlos, Mathematik lernen. Und das können nicht nur Junge, also Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene. Auch die können es lernen, sofern sie es noch nicht so gut können. Und oder auffrischen, schauen, wo aktuell das Hirn steht und ein bisschen Gehirnjogging betreiben. Wir spielen das jetzt das ganze Wochenende schon ganz fleissig durch. Eigentlich gilt bei uns das Credo, die Töne beim Smartphone sind generell aus, weil wir möchten einander gegenseitig nicht stören mit dem, was wir am Smartphone tun. Hier schon, weil es blinkt immer so schön, wenn man einen Erfolg hat. Und bei uns hat es das ganze Wochenende nur geplinkt und ich hoffe, dass das so weitergeht. Denn im Bereich Mathematik haben meine Mädels noch ein bisschen was aufzuholen und ich hoffe ganz stark, dass sie mit der App das auch bewerkstelligen können. Im Blog, also wie gesagt, im Podcatcher eurer Wahl und oder auf daily.geekdog.ch, sprich im Blog zum Podcast, in den Shownotes habe ich euch noch einen Artikel verlinkt, wie ihr euer iPhone als Webcam verbinden könnt und es benutzen könnt, wie das Ganze funktioniert und eingestellt wird und was die grundlegenden Voraussetzungen, die dafür sind, sprich welche Hardware ihr dafür einsetzen müsst und oder möchtet. Dann habe ich auf YouTube ein Video zum ersten Auspacken und Konfigurieren zum Google Nest WiFi Pro gebracht. Auch einen kleinen Artikel dazu, das ist natürlich verlinkt. So wie ein Apple iPad 10 oder iPad 9, weil man munkelt oder es gibt ja Menschen, die bemängeln, dass es kein Einstiegs-iPad mehr gibt. Apple hat noch das Letztjährige mit drin, deshalb habe ich die beiden verglichen. Und in ganz kurz gesagt, für all diejenigen, die es nicht lesen möchten und oder wollen, wie auch immer. Wenn ihr das Geld habt, kauft euch ein iPad Air, ganz einfach, weil zukunftssicher, M1-Chip etc. Ansonsten schaut euch die beiden Geräte an und entscheidet euch, welches dafür, für euren Einsatz das Bessere ist und das Coolere ist. Genau, das war es mit den heutigen Themen, die ich für euch habe zusammensammeln können. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Startet gut in die Woche und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören, irgendwann hier in diesem Kanal. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.